Ich denke, es wäre eine gute Gelegenheit für Bundesjustizminister Buschmann, vor die Tür zu treten und zu sagen, Leute, hier wird ein Kern unserer Verfassung angetastet. Das geht so nicht. Wir müssen uns einfach klar machen, es gab das Herausdrängen von Bernd Lucke als Redner bei der Hamburger Uni. Thomas de Maizière wurde von Studenten so lange gestört, bis er seine Veranstaltung abbrechen musste. Wenn wir den Blick weiterführen, wir hatten die Mohamed-Karikaturen, wo der in Dänemark, der Zeichner, bedroht worden ist. Wir hatten Charlie Hebdo. Und da kann es nicht sein, dass dann Deutschland sagt, oh, also wisst ihr, das ist sehr mutig, was ihr da gemacht habt mit euren Karikaturen, aber wir halten lieber den Mund. Das ist einfach eine Sache, die weist deutlich über sich hinaus und es darf einfach nicht das Signal davon ausgehen, dass Militanz am Ende siegt. Und was ist dann der nächste Punkt?